Unsere Region ist deshalb so lebenswert, weil unterschiedliche Menschen hier eine gemeinsame Heimat haben. Gemeinsames Erleben schweißt uns in unserer Vielfalt zusammen. Und auch unsere Demokratie muss mit Leben gefüllt werden. Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität sind nur leere Worte, wenn wir sie nicht gemeinsam leben. Unsere Vielfalt macht den Unterschied. Wir sind Demokratie. Wir sind Leben. DERNAL, 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 DERNAL.